Elinor meinte, Mac wäre hier irgendwo, aber ich sehe ihn nicht. Vielleicht bei der Brücke? I guess we'll see. Ich hoffe, dass echt ist mit Elinor. Nicht eine falsche Entscheidung. Wie gesagt, ich habe immer noch eine Meinung, dass... Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es immer noch weiß, wenn wir... Wenn wir... Wenn die Zeit jetzt vergeht, ich bin es froh, dass ich es noch weiß. Und dann habe ich immer auch so ein bisschen Angst, dass sie vielleicht... Also durch Demenz verlierst du ja bestimmte Teile der Erinnerung. Du verlierst ja nicht unbedingt die komplette Erinnerung. Unbedingt. Also natürlich kann das passieren, aber... Weiß ich auch nicht. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass sie halt so... Dann weiß, dass ich sie verletzt habe, aber... Weiß nicht mehr, wie. Und dann ist sie so wütend auf mich, obwohl ich eigentlich irgendwie der Werk gesagt habe oder sowas. Und wie gesagt, dass sie überhaupt noch weiß, dass er überhaupt gestorben ist in ein paar... Stunden, Wochen, Tagen... Kann man ja auch jemand sagen. Ich glaube, sie hat wahrscheinlich einfach nur den Moment halt einfach gerade kaputt gemacht. Vor allem, weil sie gerade aus einer fucking Panikattage gekommen ist. Also neuerweise bin ich ja wirklich dieser... Ich bin Wahrheitstyp und ich will eigentlich immer, dass die Wahrheit rauskommt. Und wie gesagt, man guckt sich mir auch mal alten Love is Strange Sachen an und so. Und auch... Die ganzen Spiele, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Ich bin eigentlich immer der Merke, der sehr gerne die Wahrheit sagt. Und ich finde halt immer so, die Leute haben die Wahrheit verdient. Aber natürlich immer vorsichtig, dass man jetzt nicht direkt übertreibt und nochmal so ein Messer reinsticht oder so. Aber wenn es eine große Sache ist, die Person einfach verdient zu wissen, dann mache ich das ja normalerweise. Aber irgendwie, ne... Wie gesagt, ich glaube, in dem Fall hätte ich einfach nur wehgetan ohne Grund und ich hätte es wahrscheinlich eh wieder vergessen. Und dann... Ja, ich hoffe, es ist einfach die richtige Entscheidung. Ich hoffe einfach... Wir werden es sehen, I guess. Okay. Hm, ich frage mich, woran Steph arbeitet. Sieht cool aus. Ich sollte ihr eine Nachricht schicken und mehr rausfinden und gucken, ob ich helfen kann. Das hat nicht zufällig was mit dem letzten Post zu tun, oder? Verflixt, wenn ich so eine Möglichkeit gebe, das herauszufinden. Na gut, ich beiße an. Was auch immer es ist, das sieht aus, als würde es schockieren. Sei still, du. Hat jemand Tipps für 10 wilder Katzen? Ich habe diesen süßen in meiner Mülltolle gefunden, aber er wirkt etwas... Er ist etwas verrückt. Das ist... Eine Raubkatze. Er ist ein Pummelchen. Jasmin, das ist kein Streuner. Das ist ein Puma-Baby. Sehr, sehr vorsichtig. Sie werden aggressiv, wenn sie sich bedroht fühlen. Versucht, die Tür aufzulassen. Vielleicht geht er von alleine. Und wenn er unter meinem Bett ist... Besen. Ich rufe den Tierschutz an. Wir freuen uns sehr anzukündigen, dass sich bald ein neues Gesicht unserer Gemeinde anschließen wird. Heißt Jack Stevens willkommen. Er wird das Restaurant beim Park übernehmen. Hallo zusammen. Ich freue mich darauf, euch bald Essen zu servieren. Willkommen in Haven. Freut mich, dass du hier bist. Komm mir jetzt her vorbei, falls du etwas brauchst. Das ist eine Falle, nur ein Witz. Okay, Jack Stevens. Ich gehe mal davon aus, wir werden dich kennenlernen irgendwann. Die anderen Sachen kennen wir ja schon. Ich glaube, hier haben wir auch nichts Neues sonst. Nö. Dann suchen wir nach Mac. Ich habe ein bisschen Angst, ihn zu finden. Bei der Brücke, hat er gesagt. Äh, hat er sie gesagt. Also gehen wir jetzt zur Brücke. Oh, ich bin hier. So lang. Kennen wir dich schon? Ja. Dich kennen wir schon. Naja. Die beiden sollen immer noch bitte einfach Endliches hinbekommen, sich ihre Gefühle zu gestehen. Machen wir immer noch fertig, dass sie einfach beide aufeinander stehen, aber nicht sagen wollen, dass sie aufeinander stehen. Das macht mich einfach traurig. So. Hier haben wir noch die Statue. Jo, das kennen wir alles schon. Die Brücke. An dem. Die war hinten die Brücke, oder? Die war hinten die Brücke. Ich, ähm. Ja. Man merkt vielleicht, wie gut mein Orientierungssinn ist. Ups. Die Brücke, bei der ich schon immer einfach drüber gehen wollte und dann wohl gesagt, ich darf ja nicht lang. Die Brücke meinten die vielleicht. Ups. Wäre auch schwarz, wenn, wenn Mac auf einmal hier wäre irgendwo. An dem Ort, wo ich eh schon den ganzen Trom laufen durfte. Wäre ich die schon? Ja. Doch, dich kenn ich. Dich kenn ich sehr gut. So, Brücke. Brücke ist da vorne. Lass da mal hin. Oh, Linder. Vielen Dank, dass du heute Zeit mit mir verbracht hast, Alex. Du bist ein Engel. Es war mir eine Freude. Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Geht es Ihnen jetzt besser? Ja, sehr sogar. Danke. Ich hoffe, sie mir das nicht übel, wenn ich, dass ich ihr nichts davon gesagt habe, was mit Gabe passiert ist. Wie gesagt, sie hat ja auch nie, sie hat ja auch nie gesagt, dass es was mit Gabe ist. Und sie hat ja wirklich gesagt, warum kauft Jet Lilien? Also, sie hat, wenn sie jetzt gesagt, was ist eigentlich mit Gabe, dann hätte ich natürlich schon auf jeden Fall gesagt. Aber, wie gesagt, so, war ich mir so unsicher. Ich glaube, es gibt auch keine wirklich richtige Entscheidung dafür. Ich weiß es nicht, oh Mann. Mac hat Angst. Oh nein. Ich bin sowas von amarascht. Was hast du getan, Mac? Fuck. Na dann los. Na dann. Mac? Alex. Lass uns jetzt bitte nicht. Ich will, dass du mir erklärst, was mit Gabe geschehen ist. Es tut mir leid, dass er tot ist. Und ich weiß es zu schätzen, dass du... Dass du mich bei Riley nicht verraten hast, aber... Ich kann nicht mit dir reden. Ich verstehe es. Er starb während deiner Schicht und du schiebst Panik. Aber du musst auspacken. Bitte. Ich hab dir nichts zu erzählen. Mac. Komm schon. Er war mein großer Bruder. Ich kann nicht. Bitte. Was ist passiert? Ich hab dir Angst, wenn ich ihn nur irgendwie provozieren könnte. Was Riley mir erzählt hat, könnte reichen. Aber falls ich noch etwas zu erledigen habe, sollte ich das besser jetzt machen. Ich glaube, wir haben nicht mehr viel. Mac provozieren ist auch für eine gute Idee. Da hab ich richtig Bock drauf. Let's go. So. Riley hat mir von deinen Plänen, die Stadt zu verlassen, erzählt. Unschuldige wollen nicht einfach verschwinden. Ich... Es ist nicht... Ich hab wirklich nichts getan. Es tut mir so leid, dass ich hier provozieren muss, ne? Lass mich in Ruhe, verdammt! Oh, alle schauen ihn... Oh, ist das ekelhaft. Alle schauen ihn an. Oh, ist das ekelhaft. Oh. Oh, nee. Oh. Uff. Oh mein Gott. Junge. Oh. Ey, was... Was die wirklich gut können, ist einfach diese Szenen hier zu... zu... Fuck. Ich kümmere mich später um Mac. Erstmal sollte ich so viel wie möglich in Erfahrung bringen. ...zure Show zu stellen, ne? Wirklich jede... Jede Emotion, die Alex darstellt, das fühlt sich einfach so real an. Das ist wirklich crazy. Ich beziehe alles. Die ganze Stadt gehört. Okay. Mac hat das Gefühl, alle würden ihn anstarren. Ja, gut, verständlich, ne? Es war seine Schicht, Gabe ist aber gestorben. Natürlich geben ihm alle die Schuld. Und deswegen hat er Angst. Alle denken, ich hätte ihn getötet. Sie hassen ihn. Natürlich. Aber wie gesagt, ich... Also ich finde immer noch... Ich glaube nicht, dass er ihn mit Absicht getötet hat. Also das würde er nicht tun. Er war eifersüchtig, ja. Aber dass er ihn umbringen will, ist eine ganz andere Sache. Also Eifersucht und... Und Mord sind verschiedene Sachen. Das ist so unfair. Ich habe überhaupt nichts getan. Was steht denn da? Keep your mouth shut. Hm. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Alter, das ist... Ist das böse. Oh. Oh, ist das böse. Ich weiß, warum du lügst. Typhoon zwingt dich, den Anruf von Gabe zu leugnen. Verdammte Scheiße. Ich weiß, du hast versucht, es zu verhindern. Sie haben Scheiße gebaut, nicht du. Hör auf, für sie zu lügen. Du checkst es nicht. Das war kein stinknormaler Unfall. Ich habe denen gesagt, dass ihr da unten seid. Und die haben trotzdem gesprengt. Absichtlich? Warum? Und dann bekam ich die Nachricht, dass ich bestreiten soll, dass jemand angerufen hat. Fuck. Du musst mir glauben. Gabe und ich, wir waren keine besten Freunde, aber ich wollte nicht, dass er stimmte. Jetzt, jetzt beobachtet mich Typhoon. Meine Freundin denkt, ich sei ein Mörder. Alle meine Nachbarn hassen mich. Was zum... Was zum Teufel soll ich denn jetzt tun? Ich könnte ihn beruhigen. Aber hat er das wirklich verdient? Hat er. Zu 100%. Mac beruhigen. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt. Er war eifersüchtig. Er war nicht cool. Aber er ist kein Mörder. Und er hat auf gar keinen Fall Gabe mit Absicht umgebracht. Er hat ja auch selber gesagt, dass es so ist. Dass er versucht hat, sie aufzuhalten. Okay, Mac. Komm schon. Du musst dich beruhigen, okay? Atme, Mann. Atme ruhig weiter. Ich weiß, wie es ist, wenn dir keiner glaubt. Wenn alle nur das Schlimmste von dir denken. Aber die Wahrheit kommt raus. Ich sorge dafür. Aber Typhoon. Wenn Typhoon hinter dir her ist, müssen sie erst an mir vorbei, okay? Oh, Gottes Willen. Danke. Ich fühl mich ein wenig besser. Naja, man lernt ein paar Dinge, wenn man ständig zu Seelenklempen angehen muss. Gottes Willen. Also. Das ist ja. Stressig. Ich versuch's. So gut ich kann. Das verstresse ich. Aber lief gut. Hey. Ja. Können wir reden? Wo bist du? Okay. Okay. Also klar, er war eifersüchtig, aber er ist kein Mörder. Von Anfang an war ich der Meinung, dass er ihn nicht umgebracht hat. Das wäre zu krass. Das habe ich ihm niemals zugetraut, dass er so weit gehen würde, wegen eigentlich ja nichts. Man hat ja auch gesehen, er hat Angst gehabt, einfach weil alle ihm die Schuld zugeschoben haben, obwohl das halt nicht war. Wenn das wirklich war, warum sollte er sowas denken? Hallo? Du hattest recht. Mit Typhon und Mac. Alex. Mac erhielt den Anruf. Woher weißt du das? Er erhielt den Anruf und hat gelogen. Ist doch egal. Jemand übt Druck aus, damit er still bleibt. Jemand von der Mine und er ist... Ist echt egal. Ich komme immer wieder her und gehe alles durch. Aber es geht immer auf dieselbe Weise. Ryan. Er ist tot. Er ist wirklich tot, Alex. Er ist tot, Alex. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Warum passiert das? Nein, ich will nicht. Ich bin doch gerade erst dem einen gekommen. Oh nö. Es ist meine Schuld. Ich sorge für die Sicherheit der Leute. Und ich habe versagt. Ryan. Ich verdanke dir mein Leben. Sie versteht das nicht. Ich habe sie darüber laufen lassen. Ich habe Geld in Gefahr gebracht. Ich bin kein Held. Ich bin ein Feindling. Ein absoluter Versager. Das ist zu schwer. Ich weiß es nicht. Du musst aufhören, dich zu quälen. Du hast alles getan, was du konntest. Es ist doch egal. Gabe ist tot. Meine Träger. Gabe ist tot. Ich bin so leid. Gabe hat dich geliebt, Ryan. Er würde dir vergeben. Er würde dir vergeben. Das weißt du. Du bist nicht allein. Danke Gott. Das kannst du immer nicht machen. Das kannst du immer nicht machen. Alter.